Der Flyer ist fertig und hier so abholbar für 2017, das erste halbe Jahr. Als interessanter Termin für 2017 ist hier vermerkt der 3. Januar. Die Jahreskarten ziehen, wieder bei der Lenzberatung. Wir machen die schon seit mindestens 12 Jahren, dass wir am ersten Tag, am ersten Dienstag im Jahr, auf die Dienstagsrunde unsere Jahreskarten ziehen. Ich begrüße euch. Und es wird wieder spannend. Und was ich hier so vor mir liegen habe, in diesem roten Paket, es sind genau diese Karten. Es sind jetzt hier so, in Wiemär, wo ich jetzt bin, eine begrenzte Zahl an Plätzen vorhanden. Ungefähr 20 Plätze haben wir. Und wer gerne daran teilnehmen möchte, soll mir Bescheid geben. Ruft mich einfach eben an und dann reserviere ich euch einen Platz. Ich darf auch hier mit einladen zur Straße. 120. Meine Telefonnummer ist, ich wiederhole sie nochmal. 049 03 909 59 23. Und ich reserviere euch hier so einen Platz. Schön. Danke. Danke.